Seid gegrüßt und willkommen auf unserem offiziellen Rise of Kingdom Channel. Wir haben ein neues Gewinnspiel gestartet. Bitte prüft die Voraussetzungen für die Einreichung von Beiträgen für die Verlosung von Preisen. Alles ist in den Regeln erklärt, also schaut bitte nach. Und vergesst nicht, den Subscribe-Button zu drücken und die Benachrichtigungen einzuschalten. Osiris sollte ein neuer ROK-Kommandant werden. Er hat bereits seine eigene Liga im Spiel. Es wird Zeit, dass er auftritt und diesen Sterblichen zeigt, wer der Boss ist. Die Kommandanten von Rise of Kingdoms basieren alle auf realen historischen Persönlichkeiten. Aber wie wäre es, wenn es auch Platz für mythische Charaktere gäbe? Wer würde eurer Meinung nach am besten passen und welche Fähigkeiten hätten sie? Um teilzunehmen, musst du folgende Voraussetzungen erfüllen. Erstens, abonniert unseren Channel. Nur wer abonniert, kann teilnehmen und wird belohnt. Zweitens, den Like-Button drücken. Drittens, schreibe deine Geschichte in den Kommentarbereich. Und ganz wichtig, vergiss nicht, deine Stadthalter-ID zu hinterlassen. 50 glückliche Stadthalter erhalten folgende Preise. 1000 Edelsteine, 8x3 Stunden Speed-Ups, 10x60 Minuten Speed-Ups, 15 Wissenskompendium, Level 7 mit je 50.000 EXP. Vergesst nicht zu abonnieren, den Like-Button zu drücken und Benachrichtigungen einzuschalten. Wir sehen uns nächste Woche hier zur Bekanntgabe der Gewinner mit weiteren Wettbewerbern und natürlich mit tollen Inhalten zu Rise of Kingdoms. Viel Glück für euch alle und bis bald! Ich weiß, es gehts PRZE4. Nein, gut! Geil Hund Solo уг�bt uns auch immer. Alle mit dem Abänder ich vermischelde,遊 ins Drittens, wenn du einuling, 、 immer subtl meno. defending den Boruvmus Backkamp. Vielen Dank.